Jo, herzlich willkommen zurück zu COD1. Ist auch schon ein paar Tage wieder her hier und jo, wollen wir mal gucken hier. Wollen wir mal wieder ein paar Deutschen in den Arsch treten. Boah, hier, was ist das für eine Schrift? Das ist doch hier so wie Altdeutsch oder so, ne? So ungefähr. Sie werden die deutschen Invasoren mit aller Kraft bekämpfen. Für jeden gefallenen Sovjetsoldaten werden sie mit zehn der Ehren bezahlen. Keine Gnade für Defettister, Feiglinge oder Verräter. Wer seinen Posten verlässt, wird erschossen. Oh, Thomas, ist echt cool. Mit dem EAX. Sie werden im vorstehenden Kampf gut ausgerichtet. Sie bekommen Lebensmittel, Wasser, Waffen und ausreichend Munition. Und was glauben Sie, haben die Deutschen? Ihre Verfolgungslinien sind ausgedüncht. Seit dem Sturm auf die Volga sind sie zu keinem richtigen Kampf mehr fähig. Wir haben mehr Kraft und mehr Männer und auch grenzenloser Wut. Der Sieg wird unser sein. Wir werden die Deutschen stoppen und warten hier in Stalingrad. Jau. Scheiße. Hier geht jetzt richtig krass die Post ab. Das ist hart. Ach, der wird erschossen. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so war. Aber es könnte sein. Ich weiß durch den Dokumentationsfilm der Untergang, dass es auf deutscher Seite auf jeden Fall so war im Zweiten Weltkrieg. Und auch sonstigen Dokumentarfilmen. Das erzählt er hier eine Geschichte, ne? Boah. Alter. Wird schon mal richtig. Boah, ich bin der einzige Überlegende aus dem Boot. Ja, klasse und ich krieg keine Bumme oder was. Munition. Ja, dankeschön. Ja, das sind Verletzte. Die quälen sich. Boah. Finden Sie einen erfahrenen Soldaten und halten Sie neue Befehle. Ja, es wäre mal geil, wenn ich eine Waffe kriegen würde. Aber wir probieren das mal. Wir laufen hier mal hoch. Meine. Ich meine, ich muss zu ihm, ja. Mhm. Das kommt ja auch her, oder was? Okay. Ich muss das mal hoch. Der ist jetzt in Richtung des Autodragsraum. Warte, bis sie die Vorbewegung weg sind. Wer sei es? Okay, los, los! Nun, mein Gott! Sie sind entweder ein Kuss, um den Weg zu töten. In dem Gewalt wieder unten sind wir sicher. Keine Sorgen, wenn wir den Sponsor und den Kümel riechen. Okay, los, los! Verdammt. Sie sind voll, die Hörer! Wir brauchen eine große Riesentwicklung. Ich habe fast keine Säge, wir versehen, wir sind nicht los! Ich kann nur hell, jetzt laufen! Ich hab die Hörer an! Halt! Ich kann dich auch verstehen, Major! Rekken Sie lauter! Die andere, die in die Position! Wunderbar auf sein! Ich will sofort von der Speerfeuer! Ich habe die Hörer an! Ich habe die Hörer an! Zernehmende Wachtwein! Feuer frei! Feuer frei! Heuerwand beim Bein ziehen! Was soll da los sein? Alter! Ich soll auf jeden Fall hier hin, ne? es ist echt Krebszcadell! Jetzt raten Sie Stalingrad! Ja, machen wir das mal. Das war's dann wohl auch schon, oder was? Ja, dann beende ich doch hier diese Folge und wir sehen uns dann, wenn's weiter geht, ne? Haut rein!